Mein Name ist Tor Alexander und in meinen Videos geht es um Geld und Finanzen, speziell für Auswanderer, aber auch für Nicht-Auswanderungswillige. Heute möchte ich der Frage nachgehen, was macht eine Kryptowährung aus? Was ist eine Kryptowährung? Ich möchte dazu einige Eigenschaften aufzählen und kurz erläutern. Eine wichtige Eigenschaft für Kryptowährungen ist, dass sie offen für den Zugriff durch jeden sind. Die zweite Eigenschaft ist, sie sind global und grenzenlos. Sie hören nicht an der Grenze eines Nationalstaates auf, sondern überall, wo es Leute gibt, die diese Kryptowährung akzeptieren, kann mit dieser Kryptowährung bezahlt werden. Ein wichtiges Merkmal von Kryptowährungen ist die Zensurresistenz. Das heißt, Kryptowährungen sind zensurresistent. Keine staatliche Autorität kann das Geld beschlagnahmen, wegnehmen, für ungültig erklären oder auch nur einfrieren. Das funktioniert einfach nicht. Eine weitere Eigenschaft ist, Kryptowährungen sind neutral. Das heißt, keine Entität, keine zentrale oder auch dezentrale Entität bestimmt, wer mitmachen kann, sondern das Netzwerk legt die Regeln fest. Das heißt, ich kann niemanden ausschließen und jeder kann Kryptowährungen besitzen und kann sie auch transferieren oder übertragen. Ein weiteres wichtiges Merkmal aufgrund der Kryptografie ist, Kryptowährungen sind unveränderlich. Das heißt, die Blockchain vergisst nie. Zu dieser Unveränderlichkeit gehört natürlich auch, dass Transaktionen einfach überprüft werden können. Aber derjenige, der halt eine Transaktion schreibt, der über die Historie bestimmt, muss halt einen bestimmten Arbeitsaufwand tätigen. Dafür bekommt er natürlich dann auch ein Entgelt. Und die letzte Eigenschaft von dezentralen Geldern, von Kryptowährungen ist Transparenz. Das heißt, der Code und alle Regeln sind nachvollziehbar, sind jedem bekannt. Jede Transaktion ist nachvollziehbar. Allerdings muss sie nicht für alle nachvollziehbar sein. Es gibt Kryptowährungen, da ist es nur für die Beteiligten nachvollziehbar. So, das war mein heutiges Thema. Was macht eine Kryptowährung aus? Ich wiederhole nochmal. Kryptowährungen sind offen, global, zensurresistent, neutral, unveränderlich und transparent. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo. Und ich freue mich natürlich auch über Daumen hoch, über einen Kommentar und komme in meine Telegram-Gruppe. Mein Name ist Thor Alexander und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe auswandern-geld. www.t.me-auswandern-geld zusammengeschrieben. www.t.me-auswandern-geld zusammengeschrieben.